Archika 22 ist nach wie vor nicht das ideale Werkzeug, um mehrfach gekrümmte Flächen zu erzeugen. Was aber sehr gut geht, ist ein solches Objekt zu bekommen, wo ein Volumen aus mehreren Richtungen mit einer gekurvten Kontur versehen wird. Dazu kann man das Morph-Werkzeug ganz gut verwenden. Was wir hier sehen, ist ein Gebilde, was aus zwei Richtungen eine gekrümmte Kontur hat. Das wäre einmal von vorne. Das sieht man hier im Schnitt. Man sieht es auch im Grundriss. Da sieht man auch, dass es von oben auch eine gekrümmte Kontur hat. Ich werde jetzt zeigen, wie das funktioniert. Dazu benutzt man das Morph-Werkzeug und die eingebauten BOOL-Funktionen. Ich fange mal im Grundriss-Fenster an. Ich zeichne mit dem Spline-Werkzeug eine gekrümmte Kontur. Etwa so etwas. Und das fülle ich jetzt mit einem 2D-Morph. Ich achte darauf, dass ich die richtige Geometrie-Methode habe, nämlich das 2D-Verfahren. Eines der beiden ist vollkommen egal. Ich klicke jetzt mit gedrückter Leertaste hier rein und habe damit sozusagen eine zweidimensionale Morph-Figur erzeugt. Ihr wisst ja, dass man 2D-Morphs im 3D-Fenster sehen kann. Das Ding kann ich jetzt hier extrudieren. Und dann hat das eine Höhe. Und jetzt möchte ich, dass es von einer anderen Seite auch nochmal eine gekrümmte Kontur verpasst bekommt. Dazu gehe ich nochmal in den Grundriss. Am einfachsten geht das nämlich in den Parallelrissen, wie zum Beispiel den Schnitten. Ich zeichne jetzt einen Schnitt hier kurz rein. Ich nehme immer den Schnitt, wenn es schnell gehen muss, weil ich mir den Kurzbefehl am besten merken kann, nämlich A. Und ihr wisst ja, dass das Schnittwerkzeug auch als Ansichtswerkzeug funktionieren kann. Und jetzt möchte ich hier eine etwas andere Kontur zeichnen. Ich nehme jetzt hier mal das Polylinien-Werkzeug und zeichne damit ein Rechteck. Das wähle ich aus. Ich schiebe es nach oben. Ich mache es ein bisschen kleiner. Und gebe der Ecke mal eine Rundung. Allen Ecken sieht das Ganze so aus. Auch das fülle ich jetzt mit einem 2D-Morph. Diesmal nehme ich eine andere Farbe. Ich nehme die Farbe Blau. Auch hier kann ich mit dem Zauberstabwerkzeug arbeiten. Und was ich jetzt habe, ist ein 2D-Morph. Ich zeige es kurz im 3D-Fenster. Da ist er nicht in der richtigen Höhe. Ich gehe jetzt nochmal runter und ziehe den jetzt so weit runter, dass er also garantiert hier mein anderes Gebilde schneiden kann. Ich schaue mir das jetzt im 3D-Fenster an. So sieht das Ganze gerade aus. Ich muss es jetzt noch extrudieren, weil ich jetzt gleich mit den Butschen-Funktionen eine Schnittmenge von den beiden Dingern erzeugen möchte. Das ist nämlich der Trick. So wähle ich das einmal aus. Extrudiere das in die Richtung. Da guckt es jetzt raus. Das würde ich jetzt gerne noch verschieben kurz. Das kann man sich natürlich auch ein bisschen besser vorher überlegen. Jetzt wähle ich beides aus. Das heißt, ich muss jetzt den roten auch noch auswählen. Rechte Maustaste. Butsche Operation. Vereinen. Abziehen. Verschneiden. Vereinen möchte ich nicht. Abziehen möchte ich auch nicht. In diesem Fall möchte ich verschneiden. Also die Schnittmenge. Und siehe da, ich bekomme dieses Objekt. Ich könnte das jetzt auch noch von der anderen Seite machen, indem ich einen weiteren Schnitt lege. Das mache ich mal ganz kurz. Nur zur Demo. Ich lasse es dann aber dabei. Nur, dass euch das klar ist. Ihr könnt jetzt aus jeder beliebigen Richtung weitere Schnitte ausführen. Jetzt sieht man es von hier. Jetzt könnte ich hier das gleiche nochmal machen. Das mit irgendeiner anderen Form modulieren. Mache ich jetzt nicht. Ihr seht, wie es funktioniert. Noch ein kurzer Hinweis. Ich hatte ja in meinem Beispiel am Anfang gezeigt, dass das hier transparent ist. Falls ihr das braucht für einen Vorentwurf mit dem Tool Oberflächenkatalog. Und da kann man hier ein Oberflächenmaterial auswählen. Das heißt, ich kann jetzt hier partiell Polygonflächen überschreiben mit den Oberflächen. Nehmen wir mal zum Beispiel Glas. Das hatte ich ja eben. Ich kann das hier anklicken. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, wenn man da drauf geht, dann kann man hier einfach überschreiben oder mehrmals hintereinander. Die Option mehrfach hintereinander ist praktischer. Ich kann jetzt dieses Glas nochmal auswählen und kann jetzt hier der Reihe nach diese Flächen mit diesem Glasmaterial überschreiben. Das war's schon. Morphwerkzeug, Grundriss, Schnitt, wo ihr wollt. 2D-Morph zuerst zeichnen und dann mit der Butchen-Operation der Schnittmenge das Ganze verschneiden. 2D-Morph zuerst zeichnen.